Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Sonic 4 Episode 2. Letztens mal haben wir die Silvania Castle Zone erledigt und machen jetzt... Nein, nein, nicht der Sonic. Okay, so, und raus bist du. Okay, machen wir diese Zone hier. Und Schneeweißes Wunderland. Okay, es wird kalt, Leute. Richtig kalt. Schön eisig. Oh Gott, meine Lawinen habt ihr gesehen. Das können wir schieben. Guck mal, da hinten ist ein Achterbahn. Warte mal. Hier hinten geht es sicherlich noch, ähm... Sag schnell, zum Dings hier. Ah, ich weiß, wer da dran kommt. Ich weiß, wie. Ich hätte es nicht ganz durchschieben sollen. Na gut, zu late. Okay, du gehst über das Stacheln, auch gut zu wissen. Oh, schon wieder eine Lawine. Nur logisch, dass eine Lawine uns jetzt gar nicht begraben hat. Oh, näher. Oh, Bär! Ich wünsche dir, dass alles schön ausgeschildert ist. Aber es sieht optisch schon sehr schön aus, muss ich sagen. Also, ich muss es nicht sagen, aber ich sag's aber mal. Ja, doch. Optisch hat es schon sehr viel zu bieten. Viel mehr ist doch nicht... Natürlich dann... Natürlich der... Hier Episode 1, 2 war natürlich auch geil, aber... Der ist doch... Wesentlich geiler bisher. Auch von den Boss kämpfen, ja. Ich finde es schön, dass er mit Tails integrieren kann. Oh, wir surfen! Oh, wir füllen uns das Eisigen. Okay. Wir kommen also mit Tails zu Schnee. Ich erinnere mich an so an den Kalas, wenn wir mit der Rakete auch in diesen Bohrer, ähm, in der Erde halt langbohren. Da erinnert mich das Kranz ein bisschen. Alles klar, Tsunami. Und er ist auch tot. Bin er mal in der Luft gesprungen. Von hier nochmal. Alles klar, Leute. Hui! Das ist doch XNL von Sonic 3. Wenn ich mich da recht insinnere. Na, ich schaff einfach mal, als ich richtig liege, ne? So, einfach nix machen. Doch jetzt einmal kurz was machen. Nice. Versuchen wir gleich nochmal den Chaos-Lerat zu sammeln. Das ist cool. Wenn wir alle haben, das sind aber sieben Stück, ähm, dann können wir es in Super-Sweck verwandeln. Dann sind wir halt unsterblich. Wenn wir 50 Regen haben, können wir es aktivieren. Höchstwahrscheinlich. Okay, Krebs-Level Nummer 2. Und los geht's. So, hol dir 100 Ringe. Oh Gott. Okay, nice. 100 Ringe haben wir geschafft. Wir haben 145. 200 Ringe. Oh, wir wechseln die Bahn. Okay. Okay. Ja, da verlieren wir gleich Ringe. Einmal gegen diese Bomben rennen. Einmal zwei Ringe. Ah, mal drin. Warum zeigst du mal die Faust, Sonic? Ja, die Trotterringe haben wir auch. Geil, Leute. Geil, geil. Da ist der Zweite. Das läuft ja wie am Schnürchen. Hoffentlich bleibt das auch so geil. Geil. Da, 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 da. Oh, gibt nochmal extra Leben, oder? Nice. So will ich es haben. Dann machen wir schon mal zwei Chaos-Hermels. So. Geil. So, gehen wir kurz wieder zurück. Und wir sind... Oh, nice. Wir müssen ja hier. Zweite Zone noch machen. Geil, wir sind erst am zweiten Act. Die Mucke ist aber cool, Leute. Jetzt sind wir auf der Achterbahn. Okay. Das ist cool. Das ist richtig cool, Leute. Oh, nee. Okay, ich glaube... Ach, nee, was? Doppelnein. Doppelnein. Ich will ja nicht weiter. Ich will Checkpoint. Geil. Checkpoint sind wichtig. Aber ein Achterbahn-Level ist neu. Da kann ich mich nicht an sowas erinnern. Ja, gut. Es waren die Colors, aber... Ansonsten jetzt nicht so. Vor allem Retro-Spielen. Inzwischen habe ich mich nicht mehr raus mit Tegers. Oh, nur nicht zerquetschen lassen. Na, 100 Ringe. Schaffen wir die? Nice. Haben wir geschafft. Nein, ich habe den großen Ringe nicht getroffen. Ach, nee. Aber nice. Noch ein Leben. Läuft bei uns richtig, Leute. Läuft bei uns gut. Dann, wir sagen, starten wir direkt gleich. Labyrinth am Nullpunkt und starten direkt das nächste Level. Und das selbe sieht aber auch cool aus. Oh, nee. Ist schon wieder unter Wasser. Das ist cool, außer ich nehme gleich wieder zurück. Ist gar nicht so cool. Kannst du mal loslassen. Ich will schnell runterfahren. Oh, mal hier Luft nehmen. Was macht da so komische Geräusche? Boah, Leute. Ich hasse unter Wasser, Leute. Ach so, die frieren Wasser ein. Die, ähm, Roboter-Seerobben. So, ein Rekken. Check-Koint. Super. Gibt es jetzt lang? Wieder unter Wasser. Wo auch sonst? Weil das Spiel mich hier ärgern will. Oh Gott, sind wir schnell damit. Oh Gott, sind wir schnell damit. Das war ja knapp, ey. Oh, der ist... Hat den gereckt. So muss das. Oh, Shakepoint mitnehmen. Okay. Alles klar, jetzt können wir jetzt noch so schwimmen, oder was? Hier geht's nicht weiter. Oh. Oh. Okay, geht dann statt nicht anders. Alles klar, ich komme hier nicht durch. Dann ist das Spiel so arschlos, dass sie jetzt da weinen müssen, oder was? Ich komme da nicht durch. Nice. Wie lange spiele ich das schon? Vielleicht halt mal kurz, äh, nicht mal eine Stunde und schon, äh, kommen wir die ersten Frustrationen. Ich brauche Luft, Leute. Boah. Okay. Das ist mich, warum ich Wasser der Wille hasse. Ja, ist klar, Alter. Ich konnte nicht springen. Boah, Sonic, bring mich jetzt hier nicht zum Ausrasten. Boah, ich will, wenn du jetzt hier fair, fair, verdurstest. Ja, ich meine, fair, 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 keine Luft kriegst. Ja? Schlagt den. Nächster Leben. Nice, hat man gebraucht. Oh, geschafft, Level. Okay, cool. Ich meine, schon für mein Nice-Deal. Achso, das war in der ersten Frustration. Das fängt schon wieder an, ey. Dafür kriege ich noch so einen fetten Zeit-Bonus? Alles klar. Okay. Okay. Das war noch mit Absicht. Mach mal gleich mal den Boss. Metal- Metal Sonic? Metal Sonic? Oh, neue Mucke. Okay, wir sind auf der Achterbahn. Okay, Metal Sonic, wo bist du? Wird das so ein Rennen? So wie in den guten alten Zeiten. Was machst du? Was machst du? Okay, der macht irgendwelche komischen Faxen. Und müssen wir anspringen. Okay. Weiter so brav die Lane wechseln. Das ist doch ganz cool. Und einen mitgeben. Aber was geschieht jetzt? Oh, da kommt die Trudel auf meiner Seite. Okay. Wir gehen einfach mal rein. Okay. Okay. Und rüber gesprungen. Nein, ich will hier nicht rüber. Okay, hier ist die Sprungfehler-Dutschen. Sprungfehler-Dutschen. Okay, kommt jetzt rüber. Oh, es war gut. Obwohl, es war auch nicht gerade schlecht. Gehen wir einfach so mit. Passt schon. So, Achtung. Jetzt kommt der rüber. Was macht der jetzt? Okay. Noch mehr willst du es drauf. Ja, okay. Oh, er springt da dabei. Okay. Bald bist du nicht mal dodgebar, Kumpel. Alles klar. Motherfucker. Jetzt wisst du, was er kann. Oh, das ist die einfache Phase. Mit jedem Treffer wird das stärker. Ach, schade. Da kommt ja gar nichts mehr rüber. Okay, die ersten zwei Treffer sind geschenkt. Ja, und jetzt geht's los. Die Mucke ist cool. Und immer noch ist Egg Moon im Hintergrund. Hey, der springt. Was ist ein Sack? Der springt einfach, ohne mich vorher zu fragen. Kommt der schon wieder? Oh. Okay. Hit. Oh. Achtung. Okay, jetzt macht das noch nicht. Oh, ne. Jetzt rast ich da aus. Ich kann da nicht ausweichen. Das ist viel zu schnell. Okay. Dann schaffen wir es jetzt. So, Treffer 1. So, wie gesagt, die ersten zwei Treffer sind geschenkt. Danach geht's erst los, sozusagen. Wir werden besser und besser. Ah, da können wir jetzt nichts anhaben, gerade. Oh, macht nur ein Laser-Ding. Oh, wir sind wie ein Profi gedodged. Super. Hey, that's it. Und noch eine. Okay, er trifft uns die ganze Zeit einfach. Egal. Hinten wir den. Jetzt rastet er aus. Oder auch nicht. Zack. Okay, jetzt rastet er aus. Ist klar. Wechseln einfach Seite. Okay. Wir sind eins weiter. Geht's noch weiter, oder was? Okay. Nächste Runde, oder wie ist das? Alles klar? Oh, sei von Fokumaus. Ist gut. Okay. Jetzt, Adon. Auf nimmerwiedersehen, Maddisonic. Okay, das war ein cooler Bosskampf. Fun Fact. Details-Pose ist dieselbe Pose wie bei Sonic Heroes. Wieder so einen krassen Zeitpunkt. Na egal. Schwer mich nicht. Ist ein Leben mehr. Ist cool. Speichervorgaben. Ist auch cool. Ladevorgaben. Ist auch cool. Okay. Dann sehen wir uns diesmal in der Zone wieder. Danke und zu euch. Tschüss, seid rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios.